Hi Guten Tag Schieb-Fans und willkommen zu einem Video, was wir mit Säfchen lernen, die Schafe uns rein Wir haben gerade zwei frisch gewohntes Filme und die Mutter auf dem anderen Tag Aber Holger hat noch ein anderes Schaf mit ihrem neuen Lamm Und dann werden die mit Säfchen sind Mitteln her lernen, umzutreiben Also eigentlich wäre das gar nicht so lange Aber da war das so länger Kommen sie schon Das fiesige Schaf ist auch von Annea drin Und bevor ich beschwere mich schon, dass von euch wieder wegfährt Und dann dreht ihr mit dem Annea Und dann machen wir uns her Und dann machen wir uns her Ja Hast du brav gemacht Warst du brav? Du warst auch gut Du warst auch gut Und dann sind Und da Und auch im Schade drin Ja Wir werden gleich Auto rausgelassen Und dann ist sie hier fertig Ja Wir schaden sie jetzt an so einem Wald Und dann auch noch direkt an der Hauptstraße Und dann sind sie hier Aus Hey Aue Gimbei 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 wo ist und das andere drei ich dachte ein 1 Also das eine da weiß ich nicht, das gehört das andere nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Beine. Wechseln. Auf. So, dann gehen wir weiter rein. So, jetzt haben wir alle hier drin. Deins kommt jetzt, glaube ich, schätze ich. Ja, jetzt kommt Deins. Setz einfach rein, der läuft da schon. Er wird seine Mutter schon finden. So. Hier muss ich mal das Licht ermachen. Hier drin. Blendet das hier mal aus? Schöne, schönes, schönes. Hast du viel? Sechzehn. Gleich schnapp ich mir einen Schaf, da kannst du mal ein Ding spulen. Ja. Machen wir hier mal eine 17 drauf. Ja. Ja, bitte. Ja, genau. Ja, genau. Ja, jetzt ist es. Die hat's schon? Die hat's schon. Die hat's schon. Das war's. Die hier. Ja, die hier. Ja, ich mach mal gleich. Mach hier mal die Achsel drauf und die weiße da vorne. Mach nur Heile? Ja, ja, alles klar. Aber das ist ja gefährlich. Mach hier mal die Achsel drauf. Ja, wenn deine Hand da weg ist. Was machst du denn? Nee, das kommt wirklich da raus. Guck. Er ist verstopft. Mach lieber die Kamera weg einfach. Bitte. So. Aber das geht jetzt nicht. Das ist nämlich sehr verstopft. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ja, das ist auch schon verfallen. Und das rote Sprich ist noch beschissen. Das sieht man gar nicht. Ja. So, jetzt nehmen wir die eine noch, ne? Na, aber noch ein Lamm, oder? Ja, eine mit einem Lamm noch. Und das war die deine Ecke. Die dann. Die dann. Guck mal. Ja, das sind 19. Ja, ist das Lamm? 19. 19. 19. So, jetzt lassen wir die hier raus. Jetzt kann der Spray erst an den Deich packen. So, jetzt machen wir die hier. Das soll ja nur so lange sein, bis wir die anderen draußen haben. Das soll dann tauschen können. Dann würde ich doch, ich würde schon die Ecke nehmen, weil dann, das geht doch besser, weil dann können die da rein, dann machst du da hinzu und dann raus. Die Ecke. Da ist alles da. Geh, da. Das sind die Ecke noch mehr. So, die bleiben jetzt noch ein bisschen drin, gründet euch auf eine Weile, weil es morgen angeblich schneiden soll. Ich glaube es ist zwar nicht zur Sicherheit. Die kommen in eine extra separate, damit sie sich nicht alle verlieren und die kommen in extra. Die Zwillinge sind auch extra, weil es halt Zwillinge sind, damit die halt nicht beide verliert. Ich hoffe mal, die Läris in der Ecke und ich brühe jetzt ein bisschen Heu. Papa holt uns jetzt noch Blüten von der Weile, damit wir die halt separat machen können. Und jetzt kommt mir mal in die Nähe hin, oder? Ja, doch. Oh, nee, das ist nicht mehr. Wenn ich leere bin, brühe ich noch mal. Du versuchst dir nochmal Strom. Oi, wenn es nicht reicht. Ah, Strom ist jetzt eigentlich irgendwie immer rein. Vielleicht nochmal richtig verzeiht. Wohoo? Papa! Oh, my God. Bis dann! Papa! Papa, Papa! Papa, Papa... Papa! Papa Papa! Musik Jetzt sind wir fertig im Stadion draußen auf der Weide und deswegen heißt es auch schon Goodbye Fans